Also zum einen ist es uns glaube ich gelungen als Veranstalter, Veranstalter ist ja der URV DACH e.V., ist es uns gelungen eine Vielfalt von Referenten herbeizuholen, die zu wirklich den aktuellen Themen reden. Und wir sind ja im Moment ganz aktuell, weil es gerade den Umbruch gibt von der deutschen Regulierung für den Betrieb von Drohnen auf die europäische Regulierung für den Betrieb von Drohnen. Und aktueller als wir es jetzt heute sind, kann man nicht sein. Ja und der zweite Grund ist der, dass es eine ausgesprochen gute Resonanz auf diese Veranstaltung gegeben hat. Wir hatten mehr als 200 Anmeldungen und so wie ich gehört habe, sind bis auf zehn auch alle gekommen. Und das heißt, die Themen sind irgendwie richtig ausgewählt worden, die Redner sind attraktiv, der Ort ist attraktiv, das ganze Umfeld, auch mit der Messe morgen. Und insofern bin ich sehr zufrieden, wie es bislang gelaufen ist. Musik 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 Musik